So, und nun möchte ich mal eine kleine Probestunde aufnehmen, damit man sich mal ein Bild machen kann, wie es hier bei mir im Unterricht so abläuft. Mein erster Schüler heißt Kubi. Kubi, sag mal guten Tag. Hi. Hi, hat er gesagt. So, dann spiel mal die siebte Reihe Flemms, ja? Meine Fresse! So was Bescheuertes! Das gibt's doch wohl gar nicht! Auf drei ist doch gar nicht! Du ein Blödmann, Idiot! Wir konzentrieren uns nochmal, ja? Und ich sag dir nur eins. Machst du das nochmal falsch? Du fliegst hier raus! Ich sag dir, ich werde doch bescheuert! So, jetzt geht's los, ja? Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Schon wieder! Du und die Grünen! Raus! 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 So, meine Damen und Herren. So ungefähr läuft mein Unterricht ab. Und jetzt ist zum Anfang! We got it! Redex hat dran! Na ja! Bis zum nächsten Mal.